Die grünen Politiker im eigenen Wahlkreis von Ricarda Lang arbeiten mit der AfD zusammen und deswegen hat Ricarda Lang jetzt ein Machtwort gesprochen und die Zusammenarbeit verboten. Aber die ganze Partei ignoriert Ricardas Befehl und demütigt ihre eigenen Chefin bis auf die Knochen. Alle Details in diesem Video, los geht's! Es ist so geil mit anzusehen, wie sich die ganzen Altparteien jetzt wegen der AfD nach und nach selber zerlegen und massive Grabenkämpfe ausbrechen. Zuerst bei der CDU, dann bei der Linken und jetzt sogar bei den Grünen. Vor zwei Wochen hatte ja die grünen Chefin Ricarda Lang ein Sommerinterview gegeben und sich dort zum ersten Mal bis auf die Knochen blamiert. Der Moderator hatte ihr nämlich verraten, dass die grünen Politiker im eigenen Wahlkreis von Ricarda Lang mit der AfD zusammenarbeiten und sogar gemeinsam Bier trinken gehen. Und Ricarda Lang wusste das offensichtlich nicht und war dann massiv angefressen. Sie war wirklich aus ihrer Bahn geworfen und versuchte irgendwelche Ausreden zu finden und schlussendlich erklärte sie, dass solch schlimmes Verhalten auf gar keinen Fall geduldet werden darf und das muss intern aufgearbeitet werden. Und danach wurde es erstmal eine ganze Wale ruhig um das Thema. Allerdings war das nur die Ruhe vor dem Sturm. Weil jetzt ist nämlich ein massiver Streit in der grünen Partei um den Umgang mit der AfD ausgebrochen und Ricarda Lang wird wirklich von ihrer eigenen Parteibasis komplett gedemütigt. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten schrieben heute, Neues aus Backnang, Ricarda Lang sorgt für Verwirrung. Und noch eine kurze Erklärung vorab. Die Gemeinde in Backnang hat ein Theater und dieses Theater hatte finanzielle Probleme. Und deswegen hat die AfD einen Antrag auf finanzielle Unterstützung für das Theater gestellt und die Grünen haben diesem Antrag zugestimmt. Und damit wurde das Theater gerettet. Und Ricarda Lang hat das natürlich überhaupt nicht gefallen und deswegen hat sie ein Machtwort gesprochen und die Zeitung schreibt weiter, Kaum hatte die Parteivorsitzende von der Frevetat ihrer Parteifreunde in der schwäbischen Provinz erfahren, schaltete sie sich ein und stellte klar, dass heimisches Theater hin und lokale Kunst her so etwas nicht noch einmal vorkomme. Mit markiger Stimme und bannendem Blick in die Fernsehkameras verkündete Lang, nachdem sie zu Hause durchgerufen hatte, dass künftig die Grünen im Gemeinderat zu Backnang nicht mehr an den Antrag der AfD zustimmen und stattdessen eigene Anträge stellen werden. Okay, also die Grünen sollen hier ganz genau das gleiche machen wie auch die SPD, weil Olaf Scholz hatte ja auch schon ein Machtwort gesprochen, also auf gar keinen Fall den Anträgen von der AfD zustimmen, egal wie gut diese Anträge sind. Und das ist natürlich kompletter Schwachsinn und hat absolut nichts mehr mit Demokratie zu tun. Also auch Frau Lang beweist hier eindeutig, dass sie ein großer Feind der Demokratie ist und genau so sehen das auch ihre Parteikollegen von der Basis. Die Zeitung schreibt weiter, Gegenüber der Backnerer Kreiszeitung hatte der Fraktionschef der Grünen im Gemeinderat, Willi Hertner, zu Protokoll gegeben, dass er die ganze Aufregung so gar nicht verstehen könnte. Im Gemeinderat seien alle per Du und nach der Sitzung gehen wir auch zusammen ein Bier trinken. Hertner hatte auch immer wieder betont, dass es in einem Gemeinderat nicht um ideologische Fragen gehe. So ein Gemeinderat sei wie ein Klassenzimmer, 26 Menschen säßen zusammen und sprechen mal miteinander. Also das ist jetzt wirklich Unterhaltung pur, was da passiert. Die Grünen-Chefin Ricarda Lang meckert wie ein Rumpelstilzchen und gibt völlig undemokratische Befehle von oben und die Grüne-Parteibasis ignoriert diesen Schwachsinn von Lang komplett und zieht ihr eigenes Ding durch. Und da muss ich sagen, Hut ab für diesen Mut vom Grünen-Fraktionschef Willi Hertner, der offenbar weiß, was Demokratie ist und auch für diese Demokratie einsteht. Und das sogar gegen den Befehl der eigenen Parteicheffe. Und das ist natürlich eine fette Demütigung für Ricarda Lang und sorgt jetzt dafür, dass massiv Grabenkämpfe in der eigenen Partei loswerden. Auf der einen Seite quasi die Parteibasis, die auf kommunaler Ebene die Bürger vertreten muss, gegen die andere Seite, wo die Parteichefetage sitzt, die in ihrem rosa-roten Elfenbeinturm leben. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie dieser Kampf ausgeht. Und selbstverständlich ist das natürlich jetzt der Super-GAU für Ricarda Lang, die ihre eigene Partei nicht mehr im Griff hat. Und ich gehe stark davon aus, dass Ricarda Lang diesen Machtkampf politisch nicht überleben wird. Und diese Frau ist für mich sowieso das perfekte Beispiel für Vetternwirtschaft und für Antidemokratie. Die Frau hat nichts gelernt, die hat keine Berufserfahrung in der realen Welt und trotzdem kriegt sie ein fettes Monatsgehalt von mindestens 15.000 Euro, weil sie über die Parteiliste in den Bundestag kam. Und wie gesagt, zusätzlich hat sie auch noch ein völlig antidemokratisches Weltbild für die Politik. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn diese Frau jetzt komplett in der Versenkung verschwindet und wir unsere Steuergelder nicht mehr an diese Frau verschwenden müssen. Aber nochmal zurück zum eigenen Wahlkreis von Ricarda Lang. Weil gerade im Backnang bekommt der grüne Fraktionschef Willi Herth natürlich auch für seinen Mut die Hilfe von allen anderen Seiten. Der AfD-Vorsitzende im Backnang, der lobt die Grünen sogar. Er sagt, die Vertreter der Grünen in Backnang sind alle pragmatisch denkende Menschen, mit denen man Sachprobleme lösen kann. Und ganz ähnlich sieht es auch Backnangs Bürgermeister Maximal Friedrich von den Freien Wählern. Er sagt, bei uns geht es um Entscheidungen in der Sache. Wenn ein guter Vorschlag von der AfD kommt, würde der natürlich angenommen. Es könne doch nicht sein, sagt der Bürgermeister fassungslos, dass wir beispielsweise einen Vorschlag ablehnen, das kaputte Feuerwehrauto durch ein neues zu setzen, nur weil dieser von der AfD kommt. Tja, genau so sieht es aus. Also meine Liegen Zischauer, wir befinden uns hier wirklich auf der Zielgerade der Selbstzerstörung der Altparteien. Zuerst hatten die Altparteien ja alle gemeinsam gegen die AfD gekämpft und den Kampf auf voller Linie verloren. Die AfD gewinnt gerade massiv an Stimmen und ist bald stärkste Partei. Und da das nicht funktioniert hat, bekriegen sich die Altparteien jetzt sogar gegeneinander und sogar parteiintern. Und bei diesem Streit geht es ja nicht nur um einzelne Personalien, sondern um Grundsatzentscheidung und Demokratie. Und egal wie dieser Streit jetzt ausgeht, es wird einen deutlichen Gewinner geben, und zwar den deutschen Bürger. Weil entweder werden die Parteien jetzt demokratischer durch diesen Streit oder sie bleiben undemokratisch und werden dann abgewählt. Also so oder so ist das Ganze jetzt ein Selbstreinigungsprozess für unsere Demokratie. Und ich freue mich schon sehr darauf, was bei diesem Streit herauskommt. Das ist ein Selbstreinigungsprozess. Wir sehen uns beim nächsten Mal.